Ein altes Projekt wird wieder zum Leben erwecken und zwar nämlich ich bewerte dein Portfolio und wie du daran teilnehmen kannst und wie das ganze Prozedere ist, das werde ich dir in diesem Video zeigen. Als erstes für die Leute, die nicht wissen, was dieses Projekt denn eigentlich ist, kläre ich das Ganze nochmal ganz kurz. Ich habe damals ein Projekt hier auf meinem Kanal gehabt mit einigen Folgen, wo ich mir Walls angeschaut habe von Leuten, die ihre Walls mir eingesendet haben. Das habe ich dann relativ aufwendig aufbereiten müssen und hat eine Menge Zeit gekostet, das Ganze strukturiert und auch übersichtlich für euch aufzubereiten. Da mittlerweile viele Accounts von euch da draußen mehrere hundert Collectibles haben und auch Comics, habe ich mich dazu entschieden, mir diesen Aufwand nicht mehr zu machen, einfach aufgrund dessen, weil es einfach viel zu viel Arbeit ist und dementsprechend musste ich dieses Projekt damals einstellen. Nun gibt es aber eine wunderbare Sache, Collectibles relativ übersichtlich auch sich ansehen zu können und das ist Stacker. Der eine oder andere hat diesen Release hier auch schon mitbekommen, das ist die Plattform von Dr. Profit, wo man unter anderem sich Collections anzeigen kann, sein eigenes Vault unter anderem aber auch im Blick behalten kann. Also ich kann euch wirklich an dieser Stelle nur diese Plattform empfehlen, mein absoluter Favorite, wenn es um das Tracking von Collectibles geht. Und nein, das Ganze ist auch keine Werbung oder sowas für Stacker an sich, ich werde dafür auch nicht bezahlt oder sowas, denn ich bin einfach nur überzeugt von diesem Produkt, was der Dr. Profit rausgebracht hat und deswegen teile ich das einfach sehr gerne auch mit euch. Nun ist aber natürlich die Frage, ja cool, jetzt haben wir diese Plattform, aber wie kann ich jetzt daran teilnehmen? Das ist tatsächlich ziemlich simpel. Du musst mir einfach nur unter dieser E-Mail-Adresse, die ich jetzt hier mal ganz kurz einblenden werde, mir deine Wallet-Adresse schicken, die du unter anderem auf der Seite omi.vivi.me findest. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, aber wie du daran teilnehmen kannst und zwar, wenn du bei Stacker schon angemeldet bist, dann hast du auch den Namen wie aus Vivi und in dem Fall musst du mir dann einfach nur per E-Mail kurz deinen Namen von Vivi schicken und dann kann ich das Ganze mit aufnehmen. Das gesamte Format wird außerdem nicht mehr in einer Aufnahme stattfinden, das heißt, ich werde das nicht offline alles abdrehen und dann für euch zur Verfügung stellen, sondern ich habe mich dazu entschieden, einfach weil es auch, glaube ich, sehr interessant ist, einfach für viele, viele andere Leute, dass ich einfach diese Wallets in Livestreams durchgehe mit euch zusammen und wir uns gemeinsam einfach mal einen Überblick verschaffen über bestimmte Wallets und auch sehr interessante Collections. Deswegen auch an jeden, der hier auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig ist mit seinen Collectibles und mit seiner Collection allgemein, ich werde natürlich so vieles wie möglich dann auch anonym halten, wenn ihr sagt, hey, bitte verwende da nur meine Wallet-Adresse und sag nicht mehr die Namen und so weiter und so fort, ist das gar kein Problem. Das müsst ihr dann bitte aber einfach nur in der E-Mail dazu schreiben, damit ich Bescheid weiß, dass ich euren Namen nicht leake. Aber das auf jeden Fall dazu, ich habe persönlich extrem, extrem Bock auf dieses Stream-Format und es wird sehr wahrscheinlich auch als einzelnes Stream-Format stattfinden. Das werde ich dann schauen, wie es sich ergibt, vielleicht auch mit jemand anderem. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch das nicht nur von mir alleine wünscht, dass ich einfach so ein Portfolio bewerte, sondern zum Beispiel auch mit jemand anderem zusammen, beispielsweise Viviversum oder auch Chris Vibreisen, Enrico, dass wir das einfach mal in einem Livestream durchgehen. Dann schreibt es mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare, was ihr euch da auch an Input wünscht. Denn im Endeffekt seid ihr die Leute, die es schauen und dementsprechend soll es auch so interessant und cool sein wie möglich. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Schritt. Ich brauche Input von euch. Das heißt, wenn ihr Bock habt, dass ich euer Portfolio einmal bewerte und mir mal anschaue und einfach mal sage, was ich davon halte, dann könnt ihr mir auf jeden Fall sehr gerne, wie gesagt, eine E-Mail schreiben an die eingeblendete E-Mail-Adresse hier mit eurer Wallet-Adresse oder dem Vivi-Namen, wenn ihr schon auf Stacker registriert seid und noch dazu schreiben, ob ihr anonym oder ob ihr öffentlich genannt werden wollt. Das sind die einzigen Dinge, die ich wissen muss zu dieser ganzen Sache. Ansonsten, ich freue mich riesig auf dieses Projekt, wie schon erwähnt. Und jetzt würde ich auch sagen, mache ich das ganze Video nicht allzu lang. Ihr wisst die Bedingungen und dementsprechend wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Morgenmittagabend und bis denn, euer Käpt'n. Ciao, ciao.